Eine kurze Geschichte der Astronomie. Die Astronomie ist die älteste der Naturwissenschaften, sie geht zurück bis in die Antike, mit ihren Ursprüngen in den religiösen, mythologischen und astrologischen Methoden der Vorgeschichte. Alte Kulturen setzten Himmelskörper mit Göttern und Geistern gleich und brachten diese Objekte und ihre Wanderungen mit weltlichen Phänomenen in Verbindung. Regen, Dürren, Jahreszeiten und Gezeiten wurden alle durch das Himmelsreich erklärt. Es wird allgemein angenommen, dass die ersten professionellen Astronomen Priester waren und dass ihr Verständnis des Universums als göttlich betrachtet wurde, daher die antike Verbindung der Astronomie zu dem, was man heute Astrologie nennt. Dieses Feld des Wissens, eine vielseitige Kombination von Glaube und Wissenschaft, hat sich auf der ganzen Welt entwickelt, von Kulturen und Ländern so verschieden wie China, Indien, dem antiken Ägypten, Mesopotamien, Mittelamerika, der mittelalterlichen, islamischen und der westlichen Welt. Sie entwickelte sich selbstverständlich heute noch. In den letzten paar Jahrzehnten hat sich unser Verständnis der vorzeitlichen europäischen Astronomie grundlegend verändert. Dies geschah durch die Entdeckungen antiker astronomischer Artefakte wie dem ältesten Observatorium der Welt, der Kiesgrabenanlage von Goseck. In Deutschland gelegen, beweist die Städte, dass die Bronzezeit Mitteleuropas ein sehr viel fortgeschritteneres Verständnis von Mathematik und Astronomie hatte als zuvor angenommen. Laut dem Berliner Astronomen Klaus Goldmann, Zitat, geht die europäische Zivilisation weiter zurück als die meisten von uns gedacht haben. Zitat Ende. Die Städte ist eine von hunderten ähnlichen, runden, hölzernen Erdanlagen, welche im heutigen Österreich, Deutschland und Tschechien während einer 200-jährigen Zeitspanne um 4900 vor Christus gebaut wurden. Obwohl die Anlagen in ihrer Größe abweichen, die in den Goseck ist rund 70 Meter im Durchmesser, haben sie doch alle dieselben Merkmale. Einen schmalen, den runden, hölzernen Wall umgebenden Graben mit einigen großen Toren, welche gleichmäßig am äußeren Rand angelegt sind. Diese Lücken wurden dazu verwendet, die Sonne im Laufe des Kalenderjahres zu beobachten und bei der Wintersonnenwende durften die Beobachter sie in der Mitte der Anlage durch die südöstlichen und südwestlichen Tore auf und unter gehen sehen. Die antiken Griechen entwickelten die Astronomie, die sie als einen Zweig der Mathematik begriffen, zu einer fortgeschrittenen Stufe weiter. Das erste geometrische dreidimensionale Modell, um die offensichtliche Wanderung der Planeten zu erklären, wurde im Jahrhundert vor Christus von Eudoxos von Knidos und Kalippus von Kytsikos entwickelt. Ihre Modelle basierten auf verschachtelten homozentrischen Sphären, welche auf der Erde zentriert waren. Eine andere Herangehensweise an himmlische Phänomene wurde von Naturphilosophen wie Platon und Aristoteles gemacht. Sie kümmerten sich weniger darum, mathematische, prophetische Modelle zu entwickeln, als vielmehr eine Erklärung für die Ursachen der Bewegung des Kosmos zu finden. In seinem Team Maios schildert Platon das Universum als einen kugelförmigen, in Kreisen geteilten Körper, welcher die Planeten bewegt und durch ein harmonisches Zusammenspiel von einer Urseele beherrscht wird. Aristoteles, anknüpfend an das Modell von Eudoxos, stellte sich vor, dass das Universum aus einem komplexen System von konzentrischen Kugeln besteht, deren Kreisbewegungen miteinander verbunden die Planeten um die Erde bewegen. Dieses grundlegende kosmologische Modell herrschte in verschiedenen Variationen bis in das 16. Jahrhundert nach Christus vor. Je nach Standpunkt des Historikers wird der Gipfel oder der Verfall der physikalischen griechischen Astronomie mit Ptolemäus von Alexandria erreicht, der das klassische, umfassende Werk der geometrischen Astronomie Megale Syntaxis, größte Zusammenstellung, schrieb. Besser bekannt unter seinem arabischen Titel Almagest hatte es eine bleibende Wirkung auf die Astronomie bis zum Zeitalter der Renaissance. In diesem Werk wagte sich Ptolemäus in das Reich der Kosmologie, entwickelte ein physikalisches Modell seines geometrischen Systems in einem Universum, welches um ein Vielfaches kleiner war als ältere, mehr realistische Entwürfe. Bis zum gelehrten Bestreben von Nikolaus Kopernikus entwickelte sich die Astronomie nicht sehr über diesen Punkt hinaus. Kopernikus war der erste Astronom, der ein heliozentrisches System vorstellte, in welchem die Planeten um die Sonne wanderten und nicht um die Erde. Sein über die Umschwünge der himmlischen Körper bot eine vollständige mathematische Erörterung seines Systems an, die geometrischen Techniken, welche üblicherweise in der Astronomie vor der Zeit Ptolemäus benutzt wurden, dabei verwendend. Kopernikus' Werk wurde später von Galileo Galileo und Johannes Kepler verteidigt, erweitert und verändert. Galileo wird als Vater der beobachtenden Astronomie angesehen. Er war der erste, der ein Teleskop verwendete, um den Himmel zu beobachten und nach dem Bau eines Refraktorteleskops entdeckte er anno 1610 die vier größten Monde des Jupiters. Dies war die erste Observation von Satelliten, die einen anderen Planeten umkreisten. Er stellte auch fest, dass unser Mond Krater hatte und beobachtete Sonnenflecken und erklärte diese richtig. Galileo argumentierte, dass diese Beobachtungen das kopernikanische Modell stürzten und gewissermaßen unvereinbar mit dem Modell der Erde als dem Mittelpunkt des Universums waren. Kepler setzte dort an und war einer der ersten Gelehrten, die Physik und die Astronomie zu vereinen. Kepler war der erste, der mathematisch Vorhersagen von himmlischen Bewegungen anhand von vermuteten physikalischen Ursachen versuchte. Seine physikalischen Erkenntnisse mit den beispiellos genauen, ohne Hilfsmittel gemachten Observationen von Tycho Brahe verbindend, entdeckte Kepler die drei Gesetze der Umlaufbahnen der Planeten, die heute seinen Namen tragen. Isaac Newton knüpfte hier weiter durch sein Gravitationsgesetz an. Erkennend, dass dieselbe Kraft, welche Objekte an die Oberfläche der Erde zieht, den Mond in seiner Umlaufbahn um die Erde hält, war Newton in der Lage, in einem theoretischen System alle bekannten gravitativen Phänomene zu erklären. In seinem Philosophie Naturalis Principia Mathematica leitete er Keplers Gesetze von den ersten Grundsätzen ab. Viel der modernen Physik und tatsächlich der modernen Astronomie, da sie beide nun mal eng verbunden sind, stützen sich auf diese beiden Entdeckungen. Außerhalb Englands brauchte Newtons Theorie jedoch lange, um sich durchzusetzen. Die Wirbeltheorie von Descartes herrschte in Frankreich und Huygens, Leibniz und Cassini nahmen nur Teile von Newtons System an, ihre eigenen Theorien bevorzugend. Es änderte sich nichts, bis im Jahre 1738 Voltaire eine bekannte Schilderung veröffentlichte. In Amerika dauerte es bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, bis die astronomische Denkweise von der sehr angesehenen Theorie von Aristoteles abrückte. Heutzutage ist die Astronomie ein riesiger und komplexer Forschungsbereich, studiert von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. Obwohl in den vorigen Jahrhunderten die bekannten Astronomen ausschließlich männlichen Geschlechtes waren, fingen Anfang des 20. Jahrhunderts Frauen an, bei den großen Entdeckungen eine Rolle zu spielen. Es war während des jüngsten Jahrhunderts, in dem das meiste unseres derzeitigen Wissens erlangt wurde. Mithilfe der Verwendung der Fotografie wurden verschwommene Objekte beobachtet. Unsere Sonne wurde als Teil einer Galaxie von mehr als 10 Milliarden Sternen erkannt. Die Existenz anderer Galaxien, einer der Punkte der großen Diskussion, wurde von Edwin Hubble beigelegt, der den Andromedannebel als eine andere Galaxie erkannte und viele weitere in großer Entfernung und sich entfernend aus unserer Galaxie ausziehend. Physikalische Kosmologie, ein Fach, welches viel mit Astronomie gemein hat, machte während des 20. Jahrhunderts ebenfalls große Fortschritte. Das Urknallmodell war stark durch Beweise wie die Rotverschiebung von sehr entfernten Galaxien und Radioquellen, die kosmische Mikrowellen Hintergrundstrahlung, Hubbles Leuchtstärkegesetz für Reflexionsnebel und eine kosmologische Fülle von Elementen gestützt. Wie durch die äußerst kurze Einführung in die Astronomie belegt, ist sie ein Zweig des Wissens, der sich seit seinen frühen Anfängen sehr gewandelt hat. Das Studium der Sterne, Himmel und Himmelreiche bleibt eine stete Quelle der menschlichen Faszination. Die Werke von Gelehrten wie Newton, Kepler, Galileo, Petolomeus und Aristoteles haben einen gewaltigen Einfluss auf die Art, wie wir die Welt um uns wahrnehmen. Diese Aufzählung würdigt die Arbeit dieser alten Astronomen. Es gibt immer noch so viel zu entdecken, so viele Theorien zu erörtern und die heutigen Wissenschaftler sind den Vorkämpfern der Vergangenheit zu tiefem Dank verpflichtet, die dies taten. Wir hoffen, dass der heutige Leser sich an diesem Buch erfreut. Ich bin nun ein alter Mann und wäre ich auf meine Bequemlichkeit bedacht gewesen, so hätte ich nie eine Zeile dieses Buches zu Papier gebracht, da ich seit einigen Jahren grauen Starr in beiden Augen habe, der mich nicht ohne Schwierigkeiten lesen und schreiben lässt. So groß jedoch erschien mir das Bedürfnis und ich bin immer noch begierig, meinen Mitmenschen zu dienen, dass ich mich zu diesem Werk entschied, um die Irrtümer der modernen Astronomie bloßzustellen, welche so gegensätzlich zu dem Wort Gottes sind und so dienlich mit der Förderung des Unglaubens. Ich vermag nicht auf alle Angaben des breiten Spektrums jener neuen Wissenschaft einzugehen, um diesen riesigen Goliath zu bekämpfen, aber mit der Erörterung von einigen wesentlichen Dingen hoffe ich doch mit Gottes Hilfe, dass der Versuch nicht gänzlich umsonst sein wird. Mir ist wohl bewusst, dass, so wie es steht im Lukas Kapitel 17 Vers 26, und wie es geschah zu den Zeiten Noas, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Aber da wir stets bereit sein müssen für die Ankunft des Herrn, ist es nicht an uns, Zitat, zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat, Zitat Ende. Das war Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 7. Und wir sind angehalten, Zitat, am Morgen beginne zu sehen, auch gegen Abend lass deine Hände noch nicht ruhen, denn du kannst nicht im Voraus erkennen, was Erfolg haben wird, Zitat Ende. Das war Buch Kohelet, Kapitel 11, Vers 6. Es mag sein, dass diese Seiten das Bedürfnis von jenen erfüllen, die nicht gänzlich von unbewiesenen Theorien fehlgeleitet wurden und die frohlockend feststellen werden, dass die biblische Schöpfungsgeschichte also doch die einzige ist, auf die man sich verlassen kann, und dass die moderne Astronomie, wie die mit ihr verwandte Evolutionstheorie, jene gefährliche und abgewertete Art der buddhistischen Seelenwanderung, nichts weiter ist als eine Verhöhnung, eine Illusion und eine Falle. Daher mögen die Augen der Erkenntnis von der hinderlichen Trübung befreit sein, welche die Sicht von vielen, ansonsten gesunden Geistern, aufgrund der schädlichen Wirkung auf diese, hervorgerufen durch die fälschlich sogenannte Erkenntnis, verschleiert. Timotheus, Kapitel 6, Vers 20. Da ich kein professioneller Astronom bin, bedurfte ich mich beim Schreiben dieses Buches viel des Lesens und Denkens und musste jedes Anliegen in einem gewissen Gleichgewicht abwägen, um keine Aussage zu machen, welche nicht in strenger Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift Vernunft und Tatsache ist. Ich bin besonders der Earth-Not-A-Globe-Review, Erde-keine-Kugel-Rundschau, welcher erste Anlass war, mit diesem Werk zu beginnen. Dr. Robothams' Sathetic Astronomy, Forschende Astronomie, 100 Beweise, dass die Erde keine Kugel ist, von Mr. Carpenter und Mr. Winship's Sathetic Cosmogony, Forschende Kosmogonie, zu Dank verpflichtet. Ich möchte auch meinen besten Dank an Zetetes richten, den letzten Herausgeber des The Earth-Not-A-Globe-Review, der auf mein Ersuchen hin sorgfältig mein Manuskript überlas, bevor es an die Verleger geschickt wurde und der, als er es mir zurückreichte, schrieb, es freut mich, dass ich mit so vielem in ihrem Buch vollkommen einverstanden bin. Ich konnte nicht mehr von ihm erwarten, da es selten geschieht, dass geistig unabhängige Menschen alles genau übereinstimmend sehen. Ein günstiges Zeugnis eines solchen Astronomie-Experten wie Zetetes ermuntert mich, mit dem Ergebnis meines Schaffens an die Öffentlichkeit zu gehen, und ich vertraue darauf, dass es nicht vergeblich in dem Herrn sein möge, sondern dass es bei jenen meiner Leser hilfreich sein wird, welche die Wahrheit Gottes, wie sie in seinen Schöpfungswerken offenbart wird, zu erkunden wünschen. David Wardlaw Scott, 25 Trinity Road, London, März 1901